Hallo zusammen, ich grüße euch hier zu einem weiteren Depot-Roast auf YouTube. Nun, es ist ein weiterer Meilenstein erreicht und zwar das 20. Depot, was hier quasi jetzt analysiert wurde von mir auf YouTube für euch. Und ich vorweg kurz nochmal, was war denn der Grundgedanke, warum habe ich denn die Depot-Roast gemacht? Und zwar, ich wollte euch oder will euch mit diesem Format einfach auch zeigen, wie viel unterschiedliche Depots gibt, wie viel Vielfalt es auch gibt und wie viele Wege am Ende auch wirklich nach Rom führen. Denn meiner Meinung nach, es gibt nicht das perfekte Depot. Es muss nämlich auch immer mit deiner Strategie, mit deiner Person übereinstimmen. Und das ist so ein bisschen der Grund auch, warum ich eben dieses Format ins Leben gerufen habe. Ich freue mich jetzt auch, wie gesagt, das 20. Format hier oder das 20. Depot hier jetzt zu analysieren. Vorweg auch schon mal, danke, danke an alle, die ihre Depots bis jetzt eingereicht haben. Ich freue mich natürlich auch über jedes weitere Depot, was mich erreicht quasi. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meiner Website Depot-Roast. Da könnt ihr dann quasi in einer Anleitung, es geht ratzfatz maximal 5 Minuten, euer Depot kurz tracken. Könnt mir dann den Link schicken und dann werde ich auch euer Depot quasi hier im Format Depot-Roast analysieren. Und genau, start mal rein in das 20. Depot. Das 20. Depot gehört einem 49-jährigen Schlosser, welcher im August 2021 mit dem Investieren begonnen hat. Seine Sparquote monatlich liegt bei ungefähr 40%. Und genau, vorweg schon mal, ja klar, seit, also Depotgröße knapp 33.000 ist definitiv schon mal nicht schlecht jetzt auf die letzten Monate. Aber ich glaube natürlich nicht, dass es direkt nur durch das, was du verdient hast, sondern natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen was gespart hast, hast du investiert. So gesehen, klar, relativ minus 11,5% ungefähr. Der beste Zeitpunkt, den du eigentlich hättest erwischen können, wäre fast Dezember 2021 gewesen. Aber auch so ist August eigentlich eine sehr, sehr gute Zeit gewesen, weil es eben fast der Höhepunkt war. Und ja, hier seit Dezember geht es auch ordentlich nach unten. Genau, geht es auch ordentlich nach unten, wodurch eben deine Performance jetzt auch dementsprechend, also hier im Juni ging es ja nochmal richtig runter, dementsprechend halt jetzt auch bei minus 11% liegt. Year to date minus 16%, klar, alles ist gefallen. Fast alles, nicht alles, aber fast alles ist gefallen. Und genau, schauen wir uns das Depot an. Vorweg erstmal kurz zur Erklärung, wie würde ich das Depot analysieren, weil es doch ein bisschen mehr Positionen auch hat. Und zwar in diesem Depot sind 5 ETFs beinhaltet, die würde ich etwas genauer anschauen. Die Einzelaktien und Kryptos, es sind nämlich auch ein paar Kryptos dabei, kurz überfliegen, kurz dazu ein Fazit geben und dann ganz am Ende ein Fazit geben. Und vielleicht auch mit dem Thumbnail die Richtigkeit bestimmen, ist es denn ein krisensicheres Depot, meiner Meinung nach, ja oder nein. Und genau, schauen wir mal rein. Erstmal kurz die Aktien vorweggenommen, dann die ETFs, Aktien, Allianz, AT&T, BHP Group, Pfizer, Medical Properties, Iron Mountain, Omega Healthcare, Starbucks, E.ON, Microsoft, British American Tobacco, Palantir. Natürlich hier immer kleiner werdend mit quasi der Gewichtung auch. Alphabet, Amazon, BlackRock, Verizon, Coca-Cola, BYD, Adobe, Adobe, sorry ich spreche es hin und wieder falsch noch aus. Tesla, Annaly, JP Morgan, Procter & Gamble, Imperial Brands, Apple, Deutsche Post, Stack, Monster Beverage, Ampower ist wahrscheinlich, ja irgendein Penny Stock. Okay, da gehen wir jetzt mal nicht drauf, genau drauf ein, aber irgendein kleiner Penny Stock ist auch eher kleiner gewichtet hier. Wir sind jetzt hier bei Größen von 70 Euro. NK, Coinbase, NK, Wiss, Siemens, Euwax, kurz zu Euwax, was ist Euwax? Euwax ist ein Zertifikat auf Gold, wo quasi Gold physisch hinterlegt ist, wo ihr dann eure Zertifikate gegen physisches Gold irgendwann oder jeder zeigt. Ich kenne mich da nicht genau aus, wenn ihr da mal Bock habt, schreibt gerne unten in die Kommentare, bring mal ein Video über Euwax, dann kann ich mich mal ein bisschen mit dem Thema befassen. Ist aber vielleicht gar nicht so eine unschlaue Möglichkeit, sagen wir mal, auch in Gold zu investieren und zwar indirekt physisch. Also natürlich, man hat dann Zertifikate, also man hat es jetzt nicht wirklich physisch, dass man es bei sich hat. Man hat Zertifikate, allerdings haben diese Zertifikate eben physisches Gold hinterlegt, wodurch man dann schon wiederum sehr indirekt direkt in physisches Gold investieren kann. So, kurz zu den Aktien. Meiner Meinung nach eine recht schöne Mischung aus sehr soliden Value-Aktien, auch eher sogar der Fokus meiner Meinung nach auf sehr soliden Value-Aktien. Hier und da dann definitiv auch mal eine Wachstumsaktie, wenn wir jetzt vor allem mal hier runter reinschauen. Tesla, Adobe, Coinbase, also wirklich eher da ein bisschen Wachstum, aber klar, Fokus ganz klar auf Value, Burggraben und Dividende. Ähnlich wie bei den ETFs. Ich zeige euch gleich auch dann noch, welche wie ausschüttend sind und wieso nicht. Also mir gefällt auch der Ansatz. Ich glaube, der Ansatz, der hier auch verfolgt wird. Wie gesagt, der Investor ist 49 Jahre alt. Das heißt, der Rentenbeginn rutscht immer näher und er ist schon definitiv recht Dividenden-lastig. Einfach, glaube ich, wie gesagt, ich habe nicht mit ihm geredet, aber was ich jetzt schätzen würde, einfach aus dem Gedanken wahrscheinlich, immer mehr passiven Cashflow zu generieren, eben mit Blick auf Rente, weil man eben mit Dividenden-Aktien, soliden Dividenden-Aktien, die seit vielen Jahren, Jahrzehnten eine Dividende auszahlen, diese konstant erhöhen, diese auch länger nicht gesenkt haben oder ausgesetzt haben, die haben meiner Meinung nach auch wirklich eine recht gute Wahrscheinlichkeit, eine recht gute Chance, dass sie eben in Zukunft auch weiter Dividende ausschütten. Und wenn man dann hier eben auch noch diversifiziert und jetzt nicht nur auf eine Dividenden-Aktie setzt, sondern auf unterschiedliche Dividenden-Aktien aus unterschiedlichen Branchen, kann man da meiner Meinung nach langfristig nicht allzu viel falsch machen. Hier jetzt auch nochmal, Allianz als größte, ist jetzt vor allem als größte Einzelaktie, ist vor allem spannend auch mit Blick auf die steigenden Zinsen, weil definitiv Versicherungen, genauso wie Banken, auch von steigenden Zinsen profitieren. Deshalb Allianz hat eh einen enorm krass tiefen Burggraben mit vielen langlaufenden Versicherungen und, 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 und. Also wirklich ein Top-Player, wenn es wirklich um langfristige Value-Aktie geht. Ich habe Allianz selber im Depot, wieder keinerlei Anlageberatung, weil ich einfach sage, ein sehr solides deutsches Qualitätsunternehmen, was einen sehr tiefen Burggraben hat und zudem noch eine sehr schöne Dividenden-Historie und Ausschüttung. Genau, gehen wir rein in die einzelnen ETFs. Kurz zum Überblick, was sind die einzelnen ETFs? Einmal der Fuzzi All World High Dividend ETF, der zweitgrößte ist der MSCI All Country World ETF, der dritte ist der Fuzzi Emerging Markets ETF, der vierte ist der S&P US Dividend Aristocrats ETF und der fünfte ist der Stocks Global Selected Dividend, ist es Dividend 100, genau, Dividend 100 ETF. Und wie ihr jetzt hier schon seht, definitiv Dividenden lastiger und zwar der erste, der zweite und genau, drei quasi reine Dividenden ETFs und der MSCI All Country World ist auch noch, wenn wir nicht alles, ah ne, der war thesaurierend, genau, der MSCI Emerging Markets ist auch noch ausschüttend, also vier von fünf ETFs ausschüttend. Kurz, was ich vergessen habe, noch kurz zu Kryptos, Bitcoin hier als größtes, danach noch ein bisschen Ethereum und hier unten noch mit VeChain, Cardano, ich glaube, V-Launch müsste eigentlich auch ein, ja, ist auch ein Krypto-Krypto-Projekt, V-Launch und was hatten wir noch, V, V-Launch und Gala, glaube ich, war ganz unten, auch ein paar Kryptos drinnen, finde ich auch immer cool, wenn auch Leute, die sagen wir mal, vielleicht jetzt auch, vielleicht technisch nicht so, XRP, genau, XRP, Gala, die jetzt vielleicht auch technisch nicht so bewandert sind, dann trotzdem sich ein bisschen versuchen, auch wenn es hier eher kleine Positionen sind, nichtsdestotrotz schon auf jeden Fall den Fokus gesetzt auf die zwei Big Blue Chip Kryptowährungen und zwar Bitcoin und Ethereum, einmal Ethereum mit knapp 400 Euro und einmal Bitcoin mit knapp 1200 Euro und genau, jetzt schauen wir uns die einzelnen ETFs noch an, dann gebe ich noch ein Gesamtfazit und genau, einzelne ETFs, der erste, sehr cool, habe ich so jetzt auch noch nie als größten ETF irgendwo in einem Depot gesehen, aber macht definitiv auch zum Teil Sinn, eben vor allem jetzt auch mit Blick auf Rente auch auf ausschüttende ETFs zu setzen, ich selber bin jetzt noch 23, ich selber setze definitiv größtenteils auf thesaurierende ETFs, weil ich einfach sage, da wird der Zinseszins am optimalsten ausgenutzt, quasi langfristig, aber wie gesagt, vor allem jetzt Leute, die 50 sind, 55 sind, 60 sind und eben auch nicht mehr so lange jetzt noch arbeiten, da kann es wirklich durchaus meiner Meinung nach sinnvoll sein, auch ausschüttende ETFs eben im Depot zu haben und zwar haben wir es hier eben mit 4 von 5 ETFs und zwar, was bildet dieser ETF hier ab? Mit dem Vanguard, FTSE, All World High Dividend haben Anleger die Möglichkeit, gezielt in große und mittelgroße Unternehmen weltweit mit einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite zu investieren. Der zugrunde liegende Index umfasst sowohl Industriestaaten als auch Emerging Markets. Einzig Reads sind ausgeschlossen. Also erstens schon mal gefällt mir, wie gesagt, ganz gut, dass es schon mal eine Mischung ist, eben auch All World, also nicht nur, klar, wir werden es jetzt hier wieder wahrscheinlich sehen, leider trotzdem starker Fokus auf Industrieländer, aber eben trotzdem auch Schwellenländer berücksichtigt, hier mit China, Taiwan, Brasilien, Saudi-Arabien, Indien, also das ist schon definitiv cool und welche Unternehmen sind jetzt zum Beispiel drin? Weltbekannte, ihr kennt sie alle, Johnson & Johnson, Exxon, JP Morgan, Procter Gamble, Chevron, Nestle, Home Depot, Pfizer, Bank of America und Abwi. Kurz zur Ausschüttung können wir mal anschauen. Die Ausschüttung ist eine sehr, sehr gute, meiner Meinung nach. Klar, natürlich liegt das jetzt auch daran, weil die Kurse eben, wir können jetzt mal schauen, kurz nochmal, wie der ETF performt hat auf das letzte Jahr oder Year-to-Date machen wir mal. Genau, im laufenden Jahr, ja, nicht gut performt. Hier im Überblick sieht man auch nochmal die Charts. Ja, also auf ein Jahr sind wir jetzt bei plus 4%, Year-to-Date sind wir bei minus 4%, aber dementsprechend natürlich auch definitiv keine schlechte Ausschüttungsrendite und eben ausgeschüttet wird, wenn wir es hier mal kurz schauen. Einmal, also jetzt auf 2,15, wir können hier runter, einmal, zweimal, dreimal, viermal im Jahr quasi und haben auch zudem ein recht schönes Dividendenwachstum. Genau, ist meiner Meinung nach wahrscheinlich kein allzu schlechter, weil er auch zudem sehr breit gestreut ist mit hier 1.775 Aktienpositionen. Warum sind es hier mehr? Weil hier eben auch noch Cash und sonstige Positionen beinhaltet sind. Sind dann oft auch Devisen quasi, also andere Währungen, da ist dann nicht nur Dollar drin, sondern vielleicht auch Euro und Schweizer Franken. Und genau, das ist der größte ETF. Dann der zweitgrößte ETF ist eben jetzt hier der iShares MSCI All Country World Index. Der beinhaltet hier eben auch Unternehmen, große und mittelgroße, sogar 2.900. Ah, das kann, glaube ich, kann das noch stimmen? Schauen wir mal kurz rein. Ne, da steht tatsächlich, es sind nur 1.600, okay. Also beinhaltet 1.600 große und mittelgroße Unternehmen aus Industriestaaten und Schwellenländer. Was ich jetzt hier ganz cool, also klar, natürlich hier auch unter die Räder gekommen und sogar noch stärker unter die Räder gekommen. Woran liegt es, dass er noch stärker unter die Räder gekommen ist? Wenn wir uns jetzt hier die Allokation anschauen, auch hier übrigens kleine Kritik, auch hier beim MSCI All Country World Index ETF sind leider auch Schwellenländer, ein China und zum Beispiel ein Taiwan oder ein Indien insgesamt im Großen und Ganzen sehr, sehr klein gewichtet. Das finde ich immer ein bisschen traurig, aber wie gesagt, ich finde es sehr gut. Es ist ja auch trotzdem ein Emerging Markets ETF zudem noch drinnen, der dann eben den ganzen Push ein bisschen nach oben gibt. Genau. Und warum hat der jetzt noch mal schlechter performt auf Year to Date, also in dem laufenden Jahr, weil ihr seht es hier, es sind sehr, sehr viele Wachstumswerte drin, sehr, sehr viele Tech-Werte in den Top 10, die natürlich alle Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, A und C oder A und C einmal mit Stimmrechten, einmal ohne Stimmrechte. Warum gibt es zwei? C hat den Grund, also C wurde gegründet oder ein Leben gerufen, quasi diese Aktie, weil es eben Mitarbeiterbeteiligungsprogramme Sinn und Zweck hat. Und genau, wenn du jetzt eine Aktie willst, ich selber habe die Alphabet A Aktie im Depot, weil ich wirklich ausschließlich Aktien mit Stimmrecht im Depot haben will, weil Aktien mit Stimmrecht einfach insgesamt Aktien sind, die beliebter sind, vor allem bei ausländischen Investoren, die jetzt irgendwie in andere Investoren quasi sich einkaufen wollen und mitbestimmen wollen, mitreden wollen, die brauchen natürlich dann am Ende Stimmrechte. Deshalb sind so gesehen, meiner Meinung nach Aktien mit Stimmrechten immer die bessere Wahl. Genau, Tesla noch, gut, Johnson & Johnson geht, Taiwan Semiconductors, also auch sehr, sehr stark gefallen, ist thesaurierend, aber finde ich eben einen ganz guten Ausgleich, eben einmal hier zu dem eher wahrscheinlich dann doch, wenn wir jetzt hier nochmal, wir können nochmal kurz die Allokationen vergleichen, dass ihr hier auch mal seht, wie sind denn die Branchen quasi aufgeteilt und zwar, wenn wir jetzt hier den High Dividend ETF nehmen, haben wir hier, Finanzen ist das Größte, dann kommt Gesundheitswesen, Basiskonsum, Energie, Industrie und dann erst Technologie mit knapp 8% und wenn wir uns den MSCI All Country World anschauen, ist Technologie 20, Finanzwesen, Gesundheitswesen, zyklische Konsumgüter, Industrie, Kommunikation, also recht schön auch, wie gesagt, ein recht schöner Ausgleich, meiner Meinung nach, die zwei ETFs und dann eben noch, weil es beides All Country World sind, also eben Schwellenländer, doch, also beinhaltet, aber doch eher geringer gewichtet, finde ich es ganz cool, dass eben der drittgrößte ETF, der beinhaltet ist, ein MSCI, ein Fuzzi, sorry, ein Fuzzi, Emerging Markets ist, der ist ebenfalls ausschüttend, klar, ist auch natürlich aufs Jahr jetzt gefallen, beinhaltet 1.890 Aktienpositionen, auch wenn wir jetzt hier mal reingehen, klar, Taiwan Semiconductors wieder, die sind jetzt natürlich hier definitiv ein paar Mal vertreten gewesen, ne, hier waren sie gar nicht, genau, hier waren sie quasi als eher kleiner, hier sind sie jetzt etwas größer, aber ja, langfristig, es geht darum, meiner Meinung nach, dass man einfach breit gestreut am Markt ist, weil auch Unternehmen wie Taiwan Semiconductors können meiner Meinung nach auch eine leichte Übergewichtung eventuell haben, zumal es ja eh der dritt, also nur der drittgrößte, wenn wir jetzt nochmal hier kurz zurückgehen, dieser ETF hat 1400 Euro jetzt gerade Volumen und der MSCI All Country World hat knapp 3000, also die zwei zusammen haben ungefähr so viel wie der High Dividend, also von daher ist trotzdem eine ganz gute Diversifikation gegeben, meiner Meinung nach und genau, hier natürlich dann jetzt Unternehmen aus Schwellenländern, Taiwan Semiconductors, Tencent, Alibaba, Reliance, Mai Chuan, Wale, China Construction Bank, Infosis, Housing Development, Finance Corporation, also wie gesagt, finde ich gut, weil da jetzt eben dann nochmal ein bisschen so das Ganze abgerundet wird, zudem auch nochmal einen S&P US Dividend Aristocrats, der, was beinhaltet der? Er beinhaltet 115 Unternehmen, die mit der höchsten Dividendenrendite, der Dividende in den letzten 20 aufeinander folgenden Jahren gestiegen sind, das ist nämlich die Definition eines Dividenden Aristokraten, eben 20 Jahre eine Dividende erhöht zu haben, also ausgeschüttet und diese zudem noch erhöht zu haben, sieht man hier jetzt, ist sogar ein bisschen besser wie die eher Tech-lastigeren, hier jetzt auch nochmal kurz zum Emerging Markets, der ist auch eher Tech- und Finanzlastiger und wenn wir jetzt mal hier in den Dividend Aristocrats reingehen, werden wir jetzt gleich sehen, das sind dann eher solide Value Unternehmen, genau, Industrie, Basiskonsumgüter, Versorgung, zyklischer Konsum, Gesundheitswesen, da sind jetzt an Unternehmen, zum Beispiel ein IBM ist drin, Exxon ist drin, National Retail Properties, Walgreens, 3M, Realty Income, also da geht es jetzt wirklich darum, dass hier Aktien drin sind, die eben eine sehr stabile, solide, langfristige Dividendenhistorie haben, hier können wir uns auch mal anschauen, hier liegt jetzt die Ausschüttungsrendite, Prognose, 2022 bei 2,35% und auch hier ist das Dividendenwachstum, wenn man sich das mal anschaut, seit Auflage oder auf die letzten Jahre, recht schön, also die Entwicklungen sind recht schön und genau, es ist ein ganz cooles Thema, weil, wie gesagt, hier haben wir jetzt auch eher weniger Überschneidung zu den ersten drei ETFs und er hat halt eben, wie gesagt, ist nochmal ausschüttend, dein Fokus ist ganz klar auf Ausschüttend, das sieht man und er hat, wie gesagt, jetzt hier nochmal einen ganz anderen Blick, weil im ersten geht es eben um Unternehmen, die eine hohe Dividende ausschütten, im Emerging Markets und All Country World, da geht es gar nicht wirklich um Dividende, da geht es einfach nur darum, der eine ist halt ein thesaurierender, der andere ist ein ausschüttender, dann haben wir hier den Fokus bei dem US Dividend Aristocrats, eben vor allem Unternehmen zu besparen, die eine sehr lange, sehr solide Dividendenhistorie haben, weil je länger, je solider diese ist, desto wahrscheinlicher ist, dass dieses Unternehmen auch die nächsten 20 Jahre eine konstant steigende Dividende ausschüttet und den fünften ETF, der noch drin ist, da geht es dann jetzt hier um den Global Selected Dividend ETF und zwar was deckt der nach, der Stocks Global Selected Dividend oder 100 ETF, bietet Zugang zu 100 Aktien mit auch, hier geht es auch wieder um, hohe Ausschüttungen, also hohe Dividendenausschüttungen und der Index enthält Unternehmen, deren Dividende je Aktie in den vergangenen 5 Jahren nicht gesunken ist, also die Dividende ist nicht gesunken und deren Dividende zu Gewinn je Aktie weniger oder gleich 60% ist, also quasi, ah ne, je Aktie weniger oder gleich 60% in Europa beziehungsweise 80% in Asien-Pazifik betragen, okay, da geht es dann quasi um Dividende und Ausschüttung vom Gewinn, was ist das für eine Quote? Wenn wir jetzt hier mal schauen, klar, natürlich auch schlecht gelaufen auf seit Anfangs Jahresbeginn, hier 100 Aktien drinnen, 100 Positionen, können wir kurz die Ausschüttung, gehen wir mal rein, auch hier 4% sehr solide, hier allerdings nicht so ein stabiles Wachstum mehr, sondern Up and Down, aber jetzt nicht wirklich, da gefällt mir tatsächlich die Entwicklung von dem US Dividend Aristocrat schon um einiges besser, wir können jetzt auch noch mal hier den ersten ETF uns mal anschauen, also den All World High Dividend, da gefällt mir auch definitiv das Dividendenwachstum besser, wie jetzt bei dem dritten, aber man wird am Ende sehen, auch wenn man jetzt mal vielleicht ein ETF, eine Aktie hat, die nicht so super performt hat, dann sortiert man die halt irgendwann mal raus, kann die vielleicht steuerlich geltend machen, mit Gewinn entgegenrechnen, von daher, wie gesagt, am Ende geht es darum, dass man überhaupt investiert, dass man überhaupt aktiv wird, jeder Investor wird früher oder später mal Fehler machen, das ist einfach, man sollte eben aus den Fehlern lernen, diese Fehler nicht wiederholen, aber man kann auch eben, hat viele Möglichkeiten, sagen wir mal solche Fehler, wenn man eben auch mal eine Depotleiche quasi hätte, ob es jetzt ein ETF oder eine Aktie ist jetzt mal dahingestellt, kann man auch durchaus steuerlich geltend machen, aber wie gesagt, von daher mir gefällt trotzdem deine Aufteilung und wir können jetzt hier noch mal kurz in die Allokation reingehen, hier, was haben wir für Unternehmen, Unternehmen, ja, Unternehmen, die sehr viel Dividende zahlen, Fortescue Metals, Rio Tinto, Rio Tinto, MERSC, also es sind alles Legal & General, weiß ich nicht, die oberen zahlen alle zweistellige, haben alle zweistellige Dividendenrenditen, die unteren sind glaube ich, Legal & General müsste knapp drunter sein, weiß nicht, sieht man es hier, ja genau, die liegen knapp, knapp drunter mit 7,73, aber wie gesagt, ein sehr ETF, der eben sehr darauf aufbaut, dass eben Aktien beinhaltet sind, die eben eine sehr hohe Dividendenrendite haben, genau, jetzt schauen wir uns noch mal kurz das gesamte Paket hier an, klar, natürlich, Kursverluste bis jetzt, du hast im August angefangen, letzten Jahres, seitdem ging es leider nur noch nach unten, nichtsdestotrotz, du hast eine recht schöne Dividende schon, die dir ausgeschüttet wird, das gibt dir wahrscheinlich auch ein bisschen den Trost, ein bisschen die Motivation, weiter am Ball zu bleiben, hier zwecks realisierter Verluste, das kann eigentlich wieder nicht sein, weil wenn du quasi, ah ne, hier haben wir es, sorry, hier haben wir es, weil wenn du wie gesagt, erst im August angefangen hast, dann können hier viele Sachen auch gar nicht stimmen, ich nehme mal an, dass es sich hier wieder um einen Bug handelt, von daher gehe ich da jetzt gar nicht drauf ein, allerdings, ja, Kursverluste, bleib stark optimistisch aktuell, kauf weiter nach, verliere nicht die Lust, die Dividenden werden dich hoffentlich so weit bei Laune halten, über diesen schwierigen Bärenmarkt, und irgendwann früher oder später wird es auch wieder nach oben gehen, schauen wir uns mal hier die Diversifikation nach Ländern an, gefällt mir soweit schon ganz gut, allerdings könnte man Schwellenländer noch etwas mehr gewichten durchaus, und man könnte eventuell, das müsste man jetzt hier mal schauen, auch Kryptos noch mal etwas mehr gewichten, so als zwei Kritikpunkte, als zwei kleine Kritikpunkte, nichtsdestotrotz gefällt mir, der Fokus ist auf jeden Fall hier auf den solideren ETFs, sieht man ganz klar, auch wenn man sich jetzt hier mal deine Diversifikation, deine Aufteilung im Portfolio anschaut, und klar hast du auch hier jetzt mehr Einzelaktien drin, aber auch hier wie gesagt mehr Value Aktien, mit einem soliden Burggraben, die eine schöne Dividende ausschütten, und eher weniger, eher ein kleinerer Teil dann in riskanteren, spekulativeren Wachstumsaktien, auch hier von Positionen finde ich alles fair enough, weil es eben alles auch ETFs sind, die jeweils über 1500, 1600 Einzelpositionen beinhalten, also dementsprechend schon sehr, sehr stark diversifiziert sind, und auch hier Sektoren, wie gesagt ein bisschen von allem dabei, klar natürlich IT ist auch dem quasi geschuldet, dass du natürlich hier mit einem All Country World Index, einen großen Teil in IT bist, dass du auch bei einem Emerging Markets, einen großen Anteil in IT bist, auch Finanzdienstleistungen, das sind die zwei beliebtesten Sektoren quasi hier, wenn wir jetzt auch nochmal kurz reingehen, Klar, auch Einzelaktien natürlich, aber soweit Immobilien, du hast hier ein paar Reads drin gehabt, ein paar Konsumgüter, Consumer Staples, also gefällt mir alles sehr, sehr gut, soweit, was würde ich ändern, vielleicht ein bisschen mehr Übersichtlichkeit, du hast hier ein paar kleinere Positionen, ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, jetzt hier so 6 Euro, 20 Euro, 50, 60, 70, 80 Euro Positionen drin zu haben, klar, hier, wenn du dann ab 2, 3, 400 Euro, dann macht es da natürlich schon Sinn, aber es gibt hier echt, meiner Meinung nach, vielleicht ein bisschen zu viele Positionen, die da vielleicht zu klein, einfach so ein bisschen verwahrlost, im Depot gehalten werden, nichtsdestotrotz, gefällt mir dein Depot sehr, sehr gut, du kriegst von mir 4 von 5 Sterne Punkte, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass dein Depot recht gut durch diese Krise, durch diesen Bärenmarkt, durch diese baldige Rezession wahrscheinlich kommen wird, bleibt deiner Strategie treu, bleibt der breiten Streuung, der soliden Basis, dem soliden Core Kern, quasi treu in Form von ETFs, oder dann hier auch soliden Value, Dividendenaktien quasi, und klar, natürlich hier oben, man kann auch etwas riskantere Sachen machen, ob es jetzt Kryptos sind, ob es jetzt eher riskantere Aktien sind, aber nichtsdestotrotz, gefällt mir sehr, sehr gut, finde ich auch echt stark, dass du angefangen hast, heute auch, also mit 49 oder 48 angefangen hast, ich weiß leider nicht, ob du vorher schon angefangen hast, irgendwie mal zu investieren, oder ob das jetzt wirklich erstmalig ist, wenn es erstmalig ist, gefällt mir sehr, sehr gut, hast eine sehr, sehr gute Entwicklung, jetzt schon mal auf die letzten, ja was haben wir jetzt, 10 Monate ungefähr, und genau, freue mich natürlich auch, wenn du hier aus dem Video, ein paar Learnings mitnehmen konntest, und wünsche dir einen schönen Tag, freue mich natürlich auch, wenn allen anderen quasi, das Video gefallen hat, freue mich natürlich, wie jedes Mal auch, über jedes Like, das ihr mir da lasst, über jedes Abo, das ihr mir da lasst, und über jeden Kommentar, also wie gefällt euch das Depot, findet ihr es gut, findet ihr es schlecht, zudem findet ihr natürlich, wie immer, ich habe es am Anfang vom Video, schon kurz gesagt, den Link unten, in der Videobeschreibung, einmal zu meiner Website, wo ihr quasi, euer Depot dann einreichen könnt, damit ich euer Depot, in den nächsten Wochen, Monaten analysieren, und roasten kann, und zum anderen, findet ihr ebenfalls, in der Videobeschreibung, den Link, zu diesem 20. Depot, damit ihr euch selber, in Ruhe auch nochmal, dieses Depot anschauen könnt, und analysieren könnt, und genau, freue mich natürlich, wenn ich euch beim nächsten Mal, wieder begrüßen darf, bis dahin, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.